Herzlich Willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass ich heute noch mal wieder ganz kurz mit dir plaudern kann. Und ich möchte dir etwas erzählen, was wir uns ausgedacht haben. Und das ist ein sogenanntes Freebie. Also das ist auf alle Fälle kostenlos, das ist gratis. Und ihr wisst, draußen könnt ihr Meditationen bekommen, die sind dann kostenlos. Ihr lasst eure Adresse da. Oder ihr könnt ein E-Book runterladen oder, oder, oder. Das wollten wir nicht tun. Wir haben uns wirklich überlegt, wie können wir einen Mehrwert schaffen für dich. Und was können wir tun, damit du von diesem Freebie oder wir nennen es Geschenk für dich, wirklich profitierst. Und dann haben wir beschlossen, dass wir uns mal ein bisschen anstrengen werden und haben beschlossen, dass wir das zu einer Serie machen. Das heißt, wenn du diesem Link Geschenk für dich folgst und wenn du auf unsere Home-Seite gehst, dann wirst du oben so sechs Bilder sehen. Und unter den sechs Bildern kommt irgendwann mal so ein Punkt Newsletter. Da freuen wir uns natürlich, wenn du dich einträgst. Wir werden dich auch nicht überfrachten. Und du wirst mit Sicherheit nicht jeden Tag ein Newsletter bekommen, sondern lass es mal maximum vielleicht 20, 25 Stück im Jahr geben. Und du hast jederzeit die Möglichkeit, dich unten wieder auszutragen. An jedem Newsletter gibt es einen Austrage-Link. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Und dem folgen wir natürlich auch. Also kannst du dich jederzeit da wieder austragen. Aber wenn du dann ein bisschen weiter runter scrollst, da wirst du neben diesem Newsletter, neben dieser Möglichkeit des Newsletters, eben auch ein Wort finden oder diesen Satz Geschenk für dich. Und wenn du diesem folgst, dann musst du, und das ist leider für uns technisch nicht anders machbar, was vielleicht bei dir erstmal ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, dann musst du etwas kaufen. Aber der Kauf wird mit null Euro abgerechnet. Das heißt, ich versichere dir hier an dieser Stelle, wir belasten dein Konto mit nichts. Wir müssen nur einen Kauf einrichten, damit der Mitgliedsbereich oder der Mitgliederbereich nachher für dich dahinter eröffnet ist. Und ich hoffe, du verstehst das. Also, wenn du dann diesen Link folgst und diesen Kauf für null Euro getätigt hast, dann wirst du in diesem Bereich, in loser Folge, das beginnt jetzt mit zwei, drei Videos, die du da vorfindest, aber wir werden im Laufe der Zeit immer wieder mal was da reinladen. In unregelmäßiger Folge. Das kann mal eine Meditation sein. Das kann ein Channeling sein. Das kann etwas sein, ein Mitschnitt vielleicht aus einer Stunde Seminar, damit ihr euch mal eine Idee machen könnt. Und man lernt natürlich immer was. Das kann eine Reflexion sein. Das kann was weiß ich sein oder meine Übung. Das hat jetzt nicht den Anspruch, eine Ausbildung zu sein, aber es hat den Anspruch, euch zu helfen und euch einfach gratis mal Dankeschön zu sagen und nicht nur einmalig mit einem E-Book, sondern eben mit den Dingen, die uns einfallen und wo wir glauben im Team, dass wir sagen, du, das ist für alle interessant. Und selbst wenn wir das in einem Seminar machen, finden wir, dass das quasi in die Welt gehört. Und dann wirst du es in deinem Mitgliederbereich vorfinden. Also, ich hoffe, dir gefällt diese Idee, die wir da hatten und die wir Geschenk für dich genannt haben. Und du kannst so lange darin bleiben, wie du willst. Du wirst diese Dinge nicht herunterladen können, sondern du wirst sie schon im Mitgliederbereich ansehen müssen. Aber der steht dir 24 Stunden zur Verfügung. Das ist also überhaupt kein Problem. Und wir freuen uns natürlich, wenn du diesen Regel nutzt. Wir werden dir auch wahrscheinlich eine Mail immer schicken, wenn was Neues hochgeladen ist. Das heißt, du musst dann nicht jeden Tag reingehen und gucken, ist da was Neues drin. Wie gesagt, wir haben gesagt, in loser Folge werden diese Dinge dort veröffentlicht. Und wir beginnen mit zwei, drei Dingen, die für dich vielleicht interessant sind. Und natürlich geht es wie immer um die großen Thematiken Bewusstsein, Leben, Spiritualität und natürlich auch das Thema Medialität im Besonderen. Aber wir gehen noch in ein neues Thema. Und das werden, das ein bisschen kennen einige das von euch schon auf meiner Rovoluzza Gruppenseite in Facebook. Weil wir stehen auch noch für andere Dinge im Leben und wir haben beschlossen, diesen Dingen eben auch Raum einzuräumen. Allerdings kommt da noch ein bisschen mehr außerhalb von dieser Rovoluzza Geschichte. Und ihr werdet sehen, wir gehen auch noch in ganz neue Bereiche rein, weil wir finden, dass wir diese verlieren im Leben. Und wir möchten euch diese Bereiche wieder näher bringen, damit ihr einfach ein besseres Leben führen könnt. Und all das werden wir natürlich hier in diesen Bereich packen. Und ihr müsst keine Angst haben. Das ist keine Werbung, die wir da reinpacken. Es kann Ausschnitte sein, zum Beispiel auch mal aus einem Fernstudium. Und dann geht es aber um dieses Thema. Es dient nicht dazu zu sagen, hey, kauft das Fernstudium oder sowas. Sondern wir wollen euch damit wirklich eine Freude machen. Wir wollen, dass ihr das als Geschenk seht. Und wir wollen euch Mehrwert da reinpacken. Und stellt euch vor, ihr seid zwei, drei Jahre da drin, wie viel Mehrwert ihr dann so nebenbei einfach bekommt. Also, wer Lust hat da drauf, der ist jetzt wirklich eingeladen, sich hier unten einzutragen, diesen Null-Euro-Kauf auszulösen. Ihr findet sofort die ersten Dinge vor in diesem Mitgliederbereich. Und dann kann es sein, dass es vier Wochen dauert, bis das nächste kommt. Vielleicht auch mal sechs Wochen. Ihr wisst, wir sind immer unheimlich busy, busy, busy. Und oftmals finden diese Aktionen, die wir dann machen, nachts statt, dass wir nachts diese Dinge hochladen. Aber wir versprechen dir, wir werden dir einen Mehrwert bieten. Und du kannst natürlich auch jederzeit dann da rausgehen, wenn du möchtest. Es ist ja keine Verpflichtung für irgendetwas. Es ist auch kein Abo. Aber dieser Mitgliedsbereich ist auf alle Fälle für dich, solange du darin sein möchtest, geöffnet. Also, wir freuen uns auf viele Geschenke für dich. Und ich hoffe, du freust dich auch ein bisschen über unsere Idee, die einfach mehr umfassen sollte, wie das, was draußen auf dem Markt so gängig ist. Also, wir kommen an Bord und wir hoffen, dir wird das gefallen, was wir uns ausgedacht haben. Bis dann. Tschüss.